Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Vicente Such-Kassia, ich bin Historiker und arbeite als freier Mitarbeiter hier im Haus der Stadtgeschichte. In dessen Depot befinden wir uns, in unserer Schatzkammer. Wie Sie sehen, sitze ich hier auf den historischen Feuerwehrwagen von Rumpenheim, datiert mit 1893. Das ist auch unser Thema heute, die Ursprünge, die Anfänge der Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach. Und wie Sie sehen, habe ich auch aus der Jahrhundertwende einen Feuerwehrhelm mit dem Offenbacher Eichenbaum, auch mit diesem Bügel aus Metall, der natürlich an das Vorbild der preußischen Bickelhaube erinnert. Und wir haben dazu auch eine sehr schöne Gruppenaufnahme aus dem Jahre 1904, wo die Mitglieder der Offenbacher Feuerwehr abgebildet sind. Und sie haben den gleichen Feuerwehrhelm, den ich auch aufgesetzt habe. Das Historische im Ganzen, das werde ich Ihnen gleich erläutern, dazu muss ich erst einmal vom Feuerwehrwagen wieder runter. Bis gleich. Ich nehme auch meinen Helm auch ab. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte der Offenbacher Feuerwehr geht zurück auf die Turnerbewegung, die wiederum ihre Wurzeln hat in der Zeit der Befreiungskriege. Angefangen damit hat Turnvater Jan 1811, 12 in Berlin. Es ging darum, durch Wehrertüchtigung junge Männer paramilitärisch auszubilden, damit man damit die napoleonische Herrschaft in Deutschland beendet. Das gelang auch in den Befreiungskriegen 1813, 15. Aber die damals freiwillig an den Kämpfen Teilnehmenden, die wollten das Versprechen der Fürsten eingelöst sehen, nämlich dass danach nicht nur ein national geeintes Deutschland entstehen sollte, sondern auch ein freiheitliches. Daran haben sich die Fürsten nicht gehalten. Sie haben zwar Verfassung verabschiedet, wo aber das Partizipationsrecht der Bürger als Haushaltsrecht nur sehr eingeschränkt vorhanden war. Und daraufhin hat sich eine breite Oppositionsbewegung gebildet, die von dem österreichischen Kanzler Metternich durch die Karlsbader Beschlüsse 1819 wieder zurückgenommen wurde. Und dazu gehörte nicht nur das Verbot der Burschenschaften, der Studenten, sondern auch der Turner. Und die Turner selbst haben sich nicht daran gehalten. Sie haben sich untereinander vernetzt, hier im Rhein-Main-Gebiet vor allem die Offenbacher und die Hanauer Turner. Und sie haben 1824 ihren eigenen Turnerverein gebildet. Die beiden führenden Männer, die auch nachher die Feuerwehrkommandanten waren bis zur Jahrhundertwende, war zuerst Georg Wilhelm Bode und danach Martin Kapus. Das sind auch diejenigen, die auch an der bürgerlichen Revolution 1848 teilgenommen haben. Und was wir nicht vergessen dürfen, Sie waren auch zusammen mit Pirazzi und noch anderen führenden Persönlichkeiten des Offenbacher Vormärz maßgeblich beteiligt an der Gründung der deutsch-katholischen Gemeinde in Offenbach. All das gehört zusammen. Und warum spielt das so eine große Rolle, diese Wurzeln aus dem Turnerischen? Weil es gab schon 1767 hier in der Landesgrafschaft Hessen-Darmstadt überhaupt im damaligen Hessen gab es schon behördliche Feuerlöschordnung, aber die dazu trainierten Mannschaften gab es nicht. Und das waren dann die Turner. Und das waren genau die 48 Turner, die in den Jahren 1843, 1845 dann die zweitälteste freiwillige Feuerwehr in Deutschland gegründet haben. Und das erklärt auch, meine Damen und Herren, auch, warum sich bis heute bei der Feuerwehr sich viele Begriffe und Äußerlichkeiten aus dem Militärischen gehalten haben. Schon der Name Feuerwehr erinnert an Schaffung und Beibehaltung der Wehrkraft der Bürger. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dadurch auch ein frühdemokratisches Netzwerk entstand aus Turnertagen, Turnerzeitungen etc., wo man hochpolitisch miteinander kommuniziert hat, vor allem zwischen Offenbach und Hanau, um halt dieses angestrebte nationale und frühdemokratische Deutschland, dieses bürgerliche Deutschland voranzubringen. Man hat ja auch die bürgerliche Revolution von 1848 danach eingeleitet, wo gerade die Feuerwehrleute, die Turner, sehr aktiv teilgenommen haben. Trotz Beschränkung, trotz Verbote, die sogenannten Turnersperren, wobei Hessen-Darmstadt das Großherzogtum relativ liberal war und in den 1840er Jahren keine Turnersperren mehr verhängt hat. Das ist so in wenigen Worten, meine Damen und Herren, wie die Freiwillige Feuerwehr aus dieser Oppositionsbewegung heraus entstanden ist, als bürgerliche, ehrenamtlich bis heute gebliebene Bewegung. Und wir werden Ihnen gleich anschließend aus dieser Zeit und danach, vor allem aus der Jahrhundertwende, entsprechende typische Feuerwehrgerätschaften erläutern, die wir hier im Depot, im Haus der Stadtgeschichte aufbewahren. Bis gleich. Wir befinden uns hier auf der Aufbewahrungsbühne unseres Depots und wir wollen Ihnen einige typische Gegenstände aus der Jahrhundertwende der Freiwilligen Feuerwehr zeigen. Da haben wir hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Helm, den haben wir schon vorhin gesehen. Der ist natürlich, wir sind ja hier in der Lederstadt Offenbach natürlich aus Leder. Der hat auch diesen typischen Bügel. Der hat auch den Sinn, dass man bei schwierigen Einsätzen den mitverwenden kann. Das verstärkt den Kopfschutz. Dann haben wir zwei Entlüftungslöcher. Und wir haben natürlich hier das Eichenbaum als Stadtwappen, als Herkunftszeichen von Offenbach. Freiwillige Feuerwehr um die Jahrhundertwende. Wir haben den Feuerwehrhelm auch nochmal gesehen auf der Gruppenaufnahme von 1904. Ebenfalls Freiwillige Feuerwehr Offenbach. Als nächstes ein typischer Arbeitsgegenstand, das ist das Beil, die Achs. Auch bis heute werden solche Äxte auch verwendet. Sowohl bei der Freiwilligen Feuerwehr wie auch bei der Berufsfeuerwehr, erst recht bei der Werksfeuerwehr. Und der ist natürlich eingerahmt in eine Lederkappe. Und normalerweise trugen die Feuerwehrmänner sie an ihrem Gurt, an ihrer Feuerwehruniform. Als nächstes folgt ein Gegenstand, ein Jubiläumsgegenstand, das an das 75-jährige Bestehen der Offenbacher Berufsfeuerwehr erinnert. Sie sehen ja auch hier die Jahreszahlen 1921. Wir feiern also dieses Jahr 100 Jahre Berufsfeuerwehr Offenbach. Und hier das 75-jährige 1996. Und dieser Krug ist so zu sagen von der Privatbauerei Wichelsbräu. Und das Besondere an diesem Krug ist nicht nur, dass an das Jubiläum der Berufsfeuerwehr in Offenbach erinnert wird, sondern sie hat hier in der Mitte auch den berühmten, erstens elektrisch-mechanischen Leiterwagen, eine Weltneuheit, die 1903 auf der Londoner Weltausstellung vorgestellt wurde und danach bei der Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach eingesetzt wurde. So, meine Damen und Herren, und jetzt als nächstes kommt ein etwas größerer Gegenstand, der natürlich bei der Brandbekämpfung nie fehlen darf, nämlich der Feuerlöscher. Der Feuerlöscher, den wir hier haben, ist von der Marke Minimax. Und hier ist auch die Gebrauchsanweisung, kinderleichte Handhabung. Man stößt die Kapsel auf, löst eine chemische Reaktion aus und über diese Düse, meine Damen und Herren, mit der Löschflüssigkeit spritzt hinaus bis zu einer Höhe von 12 Metern und bis zu einer Bandbreite von 8 Metern. Und im Grunde genommen funktionieren heute die Feuerlöscher genauso. So, Dankeschön. Und jetzt zum Abschluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben wir eine Besonderheit, die selten zu sehen ist, nämlich eine Signaltrompete. Und bevor ich da hineinblase, möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. Und denken Sie immer an die Feuerwehr, wir brauchen Sie. Es lebe die Feuerwehr, egal ob das die Freiwillige, die Berufs- oder die Werksfeuerwehr ist. Vergessen sollten wir auch nicht die Jugend- und Kinderfeuerwehr. Es lebe die Feuerwehr, es lebe Offenbach. F poke! F